Auch das Gefühl dafür hat. Ja, gerade hat man schön gesehen, wie Danny den Ball ohne Schnitt einspielt und dann kann er mit dem Motto nichts machen. Also zumindest keine Rotation geben. Luca könnte als Märzliges ein bisschen beweglicher werden. Viel gegen Dankjew gemacht. Ich hab's gesehen. Das war so schade. Ja, es ist ja nicht so einfach, in Düsseldorf dann auch ein Leader zu werden. So. Ja, super. Oh, der Scherzlig. Und kämpfen muss man eigentlich immer. Aufschotteln zurück. Das war der Ballwechsel des Abends, hätte ich fast gesagt. Wahnsinn. Sehr gut. Also seine Aufschlagposition, ja. Ja klar. Noch sind wir nicht beim nächsten Spiel. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wie klappt's. Das ist unfassbar. Ja. Aus der Abwehrsicht. Er soll nicht so viel attackieren, er soll immer wieder langsam einstreuen, weil Danny rechnet. Und da halt mit dem Anti kann er nicht so viel machen. Du meinst Schläger drehen und dann rüber? Genau. Weil der vorhin hat auch am Tisch gespielt. Ja. Schiefgegangen. Oh, das gelingt ihm aber auch wirklich. Jeden Punkt mit allen Angriffsbällen erarbeiten. Und ja, jetzt doch eine klare Führung. Ein bisschen überraschend, dass es so klar läuft. Ja. Zumindest wenn man die Ergebnisse vorstellt. Also, mir fehlen die Worte, das war ein super Spiel von Danny Koschul. Fehlerlos. Absolut. Absolut. Das war's.